Was bedeutet denn wissenschaftliches Denken in Ihrem Fach? Also mein Fachbereich ist ja Informatik und in der Informatik die angewandte Informatik und in der angewandten Informatik Sicherheit und Privacy. Informatik ist mal grundsätzlich dadurch gekennzeichnet, das ist das, was wir als Algorithmic Thinking bezeichnen. Das heißt, man denkt in Algorithmen, man denkt danach ein Problem in Subprobleme aufzulösen und diese Teilprobleme dann zu lösen. Und wissenschaftlich zu denken in der angewandten Informatik ist, sich real existierende Probleme anzusehen, zu schauen, was andere Leute in dem Bereich gemacht haben und sich dann zu überlegen, ob man da Verbesserungen machen kann oder ob es ganz andere Ansätze gibt. Und in der Security im Speziellen haben wir immer das adversarial Denken, also dass man sozusagen wie ein Angreifer denkt. Also wenn es ein System gibt, ist die erste Überlegung, wie kann ich das kaputt machen. Und wenn ich dann verstehe, wie ich das kaputt machen kann, kann ich überlegen, wie kann ich verhindern, dass man das kaputt macht und dann kann ich neue Schutzmechanismen auch entwickeln. Und das ist wesentlich, weil alle Sicherheitsschwachstellen oder fast alle Sicherheitsschwachstellen immer darauf zurückzuführen sind, dass irgendwelche Sonderfälle nicht berücksichtigt werden oder dass ein System in einer Art verwendet, wie es primär nicht intendiert war. Und dieses Verständnis, diese Grenzen auszuloten von Systemen, das sind sowohl technische Systeme als auch die Menschen, die damit arbeiten, das ist etwas, was man am Ende des Informatikstudiums, wenn man sich auf Security spezialisiert verstanden haben sollte. Es ist eine Form, eine Art und Weise, über die Welt zu denken, die nach gewissen Regeln funktioniert. Also die Regeln sind so, dass man sie erlernen muss. Also dieses wissenschaftliche Denken ist etwas, was man zum Teil erlernen kann. Also das Denken ist immer Denken, aber immer im Blick, man versucht immer kritisch zu sein, diese Selbstkritik. Und auch diese kritische Auseinandersetzung mit dem, was man sagt, steht sehr im Zentrum, würde ich sagen. Gleichzeitig versucht man das zu belegen und gut zu argumentieren. Und das bedeutet, dass man auch, und das ist besonders wichtig, das wird zum Beispiel von mir oft in Arbeiten bemängelt, dass das nicht geschieht, dass das, was man sagt, genau eingeordnet wird. Also wer hat das gesagt? Wann? Und wie hat er das gesagt? Wie hat er das belegt? Ist das, was jemand anderer gesagt hat, vertrauenswürdig? Kann ich das weiter zitieren? Habe ich das genügend zitiert? Und zwar habe ich genügend gesagt, dass zum Beispiel Bourdieu diesen Begriff Habitus verwendet hat, dass er in diesem Zusammenhang auf die Machtfelder hinweist. Das ist auf Bourdieu zurückzuführen. Aber wird Bourdieu von einem anderen Autor zitiert, zum Beispiel. Und dieser andere Autor, den ich Schmidt, also ich nenne ihn so, nenne. Schmidt schreibt über Bourdieu und meint, dass dieses Konzept von Habitat zwar von großem Interesse ist, aber dass Bourdieu vielleicht mehr auf kulturelle Aspekte hätte Rücksicht nehmen sollen. Und dann meint aber Müller, dass eigentlich das Geschehen ist, weil zum Beispiel, wenn Bourdieu von dem sozialen Kapital und von dem symbolischen Kapital spricht, dann ist auch dieser kulturelle Bereich erwähnt. Und wenn jemand das schreibt, dann sollte er nicht schreiben, das, was ich gesagt habe, sollte er nicht so schreiben, ohne zu zitieren, wer was gesagt hat. Es sollte schon herauskommen, dass es eine Diskussion ist. Und beim wissenschaftlichen Denken gibt es immer eine gewisse kritische Distanz zu dem, was gesagt wurde und eine eigene Analyse dessen. Also wie kann man es analysieren und warum könnte man es so oder so bewerten? Also das würde ich so umschreiben. Das ist eine Möglichkeit, in meinen Augen das zu beschreiben oder umzuschreiben. Ja, das ist sehr schwierig zu beantworten. Zunächst mal, weil viele Leute sagen würden, dass die Philosophie eigentlich gar keine Wissenschaft ist. Andere Leute würden es sagen, dass sie es ist. Da sieht man schon direkt an diesem Ausgangspunkt die Schwierigkeit in der Philosophie zu sagen, was eigentlich wissenschaftliches Denken insgesamt ausmacht. Man muss auch wissen, dass die Philosophie natürlich extrem divergent ist in ihren verschiedenen Teilen. Da gibt es Teile der Philosophie, die zumindest für den Außenstehenden wirken, ein bisschen wie Dichtung. Da wird mit Worten gespielt. Wenn zum Beispiel der berühmte deutsche Philosoph Heidegger sagt, der Mensch spricht nur, indem er der Sprache entspricht. Die Sprache spricht. Ihr Sprechen spricht für uns im Gesprochenen. Dann hört sich das zumindest für den Laien sehr stark nach Poesie an und nicht nach Wissenschaft, so wie wir es von der Physik oder von der Chemie kennen. Dann gibt es andere Teile der Philosophie, die sind sehr stark an der Logik und an der Mathematik orientiert. Da ist also die ganze Zeile voller, diese ganze Seite voller Formeln und Ableitungen. Und dann gibt es Teile der Philosophie, die orientieren sich an Literatur, also nicht unbedingt Poesie, aber an andere Formen der Literatur. Oder sie orientieren sich halt an ganz verschiedenen Wissenschaften. So, von daher, das macht also erstmal die Einordnung der Philosophie in die Kategorie wissenschaftliches Wissen recht schwierig. Wenn ich jetzt ein bisschen eingrenze und sage und versuche zu verallgemeinern über diese ganz verschiedenen Formen, dann würde ich sagen, zwei Dinge sind vor allem wichtig. Einmal abstraktes Denken. Philosophie bewegt sich halt häufig auf Ebenen, auf die sich die Einzelwissenschaftler oder auch wir im Alltag nicht so wirklich einlassen. Also, sie fragt zum Beispiel, was ist Wissen? Wir im Alltag benutzen zwar immer den Begriff des Wissens und die Wissenschaftlerinnen tun das auch, aber sie fragen sich nie wirklich, was ist denn jetzt eigentlich Wissen? Oder was ist denn eigentlich Gerechtigkeit? Oder was ist denn eigentlich am ästhetischer Wert? Also einmal Abstraktheit ist in der Philosophie, sehr wichtig. Und das zweite Element, das ich betonen würde, ist kontrafaktuales Denken. Dass man bereit ist, sich auf Möglichkeiten einzulassen, die nicht wirklich sind. Also kontrafaktual heißt so viel wie entgegen dem, was wirklich ist. Das heißt, man lässt sich ein auf mitunter auch ganz absurde Denkexperimente. Also was wäre, wenn ich der einzige wirkliche Mensch bin, der auch innere mentale Zustände hat? Wie wäre es, wenn alle anderen um mich herum nur Maschinen oder Roboter wären? Was wäre das eigentlich für eine Existenzform? Also das sind so abstruse, von außen betrachtet, obstruse Denkfiguren in der Philosophie, die aber für das philosophische Arbeiten ungeheuer wichtig sind. Also Abstraktheit und kontrafaktuales Denken. Für mich bedeutet wissenschaftliches Denken das Erkennen einer wissenschaftlichen Problemstellung und dann die Möglichkeit, die Methode zu finden, wie man diese Fragestellung beantwortet. Nach der Generierung der Daten geht es in weiterem darum, dass wissenschaftliches Denken das analytische Denken umfasst, auch das Interpretieren von Ergebnissen und dann das Verknüpfen von Zusammenhängen und dass man die generierten Daten in einen wissenschaftlichen Kontext bringen kann.